Papa kam schwer bepackt nach Haus und er sah ganz stolz und glücklich aus. Auf dem großen Pappkarton, oho, stand irgendwas von Video. Dabdu, dubidubidubidabdu, dubidubidubidabdu, dubidubidubidabdu. Die Schere lag sofort bereit, denn bei sowas helf ich jederzeit. Ein kurzer Schnitt und uhlala, das Glück war schon zum Greifen nah, doch plötzlich rief Papa, na na. Weg da mit den Pfoten, was Spaß macht ist verboten. Was ist das für ein Benehmen, ja ich werd mich ganz doll schämen. Weg da mit den Fingerchen, mit den kleinen frechen Dingerchen. Du kommst sicher auch mal dran, ja ja, vielleicht als alter Mann. Dann hat Papa sich dran gemacht, hat alle Kabel angebracht, nach Betriebsanleitung ganz genau. Ich sah ihm zu und dachte, wow, welch interessantes Flimmerbild. Und Papa, der war futsteufelswillen, der sah mich ganz verzweifelt an. Ich fragte, ob ich helfen kann, und da lief er ganz rot an. Weg da mit den Pfoten, was Spaß macht ist verboten. Was ist das für ein Benehmen, ja ich werd mich ganz doll schämen. Weg da mit den Fingerchen, mit den kleinen frechen Dingerchen. Du kommst sicher auch mal dran, naja, vielleicht als alter Mann. Dapu! Dupi, 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 Dapu! Dupi, 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 Dapu! Dupi, 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 Dapu! Dupi, 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 D Was Spaß macht, ist verboten. Was ist das für ein Benehmen? Ja, ich werd mich ganz doll schämen. Weg da mit den Fingerchen, mit den großen, dicken Dingern. Vielleicht denkst du jetzt mal daran, dass ich das nicht mehr hören kann. Dau, dubidubi lubi, Dau.